Und? Fängt aber gar nicht relaxed an. Es geht doch um die Pole, der Teamkollege steht doch vorn. Ist der Ehrgeiz geweckt? Auf geht's, Michael Schumacher! Es wäre übrigens die 63. und dann würden nur noch zwei... Und Abflug! Und ins Kiesbett! In der Schneckenkurve wirft der Weltmeister den Wagen in den Kies! Unglaublich! Es hat schon so nervös angefangen mit der letzten Kurve. Aber, aber! Was für ein Dreher! Der war ja nicht langsam wie eine Schnecke, der war ja schnell wie ein Windhund und wirft das Auto weg! Ja, und dass der da rausgekommen ist, ist auch nochmal ein Wunder. Der ist langsam zurück, weil alles andere macht ja keinen Sinn mehr. Und der Chef kratzt sich am Knick. Und der ist noch nicht so schnell, dass der Ehrgeizkirr ist, dass der Ehrgeizkirr ist. Und das ist wirklich so schnell. Ja, ist egal. Das sind die wichtig, der schıyorlar, und da los in Sch populations. Das ist ein bisschen das Wachs. Das ist ein bisschen zweiter der Kiano-Konzert. Das war der Kanno-Konzert. Das war das Wachs. Ja, Moumaki-san. Das ist ein Mensch der Bremsseh-Mengen. Der Bremsseh-Mengen ist der Bremsseh-Mengen. Der Bremsseh-Mengen ist der Bremsseh-Mengen. Der Bremsseh-Mengen ist der Bremsseh-Mengen. Oh, oh, oh! Wir sind schon wieder auf die Wärtsseh-Mengen. Das ist das gleiche, wenn man sich in der Straße stehen, denn die Zeit noch nicht auf der Straße ist, aber es ist nicht so. Jetzt kommt es! Jetzt kommt es weit weg! Wir sagen, dass wir mitmachen. Das ist richtig, und das... Das ist ziemlich schön. Vielen Dank. Kansar lite grann och nu kommer det över krönet efter Apex där så ser man ibland att när man upptäcker var banan tar slut så styr man emot lite extra. Precis som Mikael Schumacher gjorde här. Anledningen till att han gjorde det här innan han hade börjat sitt varv var ju naturligtvis att han ville plocka med sig så mycket. Oj, 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 vilken miss han gör Mikael Schumacher. Oj, vilken överraskning. Det där har man inte sett många gånger från annan sida men det där var en riktig grodare upp. Ja, absolut. Och jag kan bara säga att det jag satt och pratade om, det här var bara förlängningen på det hela. Han försökte få med sig absolut så mycket fart som det bara gick ut på start och målrakan. Gjorde en miss, tappade lite grann. Insåg att han inte hade en perfekt speed när han korsade mållinjen. Chansade, gick lite för hårt in i första högen och det skulle han inte ha gjort. Nej, verkligen inte. The big crowd here, they've certainly heard of Mikael Schumacher. They've come to see him do some of what he does best, which is beating the opposition. Whoa, and he's made a bit of a mess of his warm-up lap. Yeah, he's been so calm on that warm-up lap trying to save those tyres. And he went for it to get a good entry onto the hot lap and just pushed it too hard. And now he's ran off. He's, uh, Mikael gone way off track. And, uh, he is going to absolutely start way down the field at the back. And, uh, Mikael, too calm then on the out lap. Too calm except for the final corner where he ran wide. Nothing like calm enough in turn one. Mikael Schumacher makes a whole licks of it. How often have I said that this year? Not very often. Turn two. The second chicane at Monza. The first lap of the race. Had a spin, but it was wet conditions. He was on slick tyres. You could forgive him that. But this is a very, very strange mistake. Goods, mate. Have a good time. Bye.